so hallo mein lieben freunde und willkommen zu einer neuen folge von let's play far cry primal mit mir dem dorky dem priest dem dorky priest ja und wir waren jetzt hier mit diesem recht unbefriedigende ergebnis jetzt war mir ich will heute ja mein schönes wolfie da oben ist doch einer medizin weißt du was und und Ich heulche Wolf. Ne, was machen wir jetzt? Ich weiß gar nicht ganz. Das seltene ist Weißwollfell. Wir holen mal halt Felle. Ich weiß auch nicht. Ich brauche ja eigentlich nur diesen blöden... das blöde Felle. Und ich weiß nicht, ob dieser seltene... So, machen wir mal Kuh. Ach, hier können wir noch ein paar mehr Köder basteln. Hier noch ein paar Bögen. Kann ich nicht. Will ich nicht. So. Jetzt wollen wir gerade eben schauen. Nein. Hier mal zurückreisen. Was ist denn hier? Daisha-Hand. Da kann ich nicht hinreisen. Da könnte ich aber hinlaufen. Ja gut, dann reichen wir hier mein Dorf. So, jetzt reisen wir mal in mein Dorf. Und ich gucke mal, ob ich jetzt, ob die eine schon reicht. Das eine fällt von der letzten Folge. So, aufpassen. Nichts brechen. Nein, vielleicht nicht. Ach, Mensch. Ja, voll der Bullshit, oder? Ja gut, dann machen wir das jetzt mal anders. Hier hinreisen. Na, reisen wir eben da rüber. Dann holen wir uns mal einen seltenen schwarzen Jaguar. Oder dann, mein Freund. Da kommt er. Na, süße. Alles, gell? Hallo. Hallo. Ja, aber das ist fein. So, und jetzt war einfach hier hin. Hier hin. Gut. So, okay. Ähm, da hoch. Alles, gut. Nichts, nicht, nicht. Nichts, nicht, nicht. Nichts, nicht. Na, nee. Jetzt ist es hier. Und jetzt ist es, es ist es für ein bar. Ich bin einhör, einhör. Und jetzt ist es, wir müssen... Deinem. Ich bin einhör. Untertitelung des ZDF, 2020 Auch nicht schlecht. Schön. Gut. Dann habe ich das jetzt ja auch gemeistert. Bestie töten. Nee, ähm, nee. Ich bin da unten. Aber sicher. Was ist denn das? Ach, hier oben. Hier oben? Komm. Immer schön mitnehmen. So. 30 Meter noch. Sorry. Also. Die Dajrin-Gwan-Masch, die Kwan-Masch im Mam-Sahadar. Man-Sapach, Kwan-Mibasch, der White House ist. Wir sind jetzt. Wir sind jetzt. Bist du an? Oder ist es? Bist du? 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 okay das war knapp okay der war knapp okay er braucht drei pfeile auf dem kopf irgendwelche fälle vielleicht sogar haben sie mich das haben so Ähm, da sind wir ja hier. Jetzt muss ich aber gerade mal gucken. Fähigkeiten kann ich nicht schon langsam den Bär... Ah, guck mal. Lernen. Ah, okay. Sleep. Jetzt kann ich auch Bär machen. Dann muss ich aber ganz ehrlich sagen, wenn ich Bär machen will, schicke ich dich zu. Ich muss bloß gucken. Ja, ist assvoll. Hm, so. Da sind auf jeden Fall jede Menge Typen unterwegs, den ich jetzt gerade mal ein bisschen aus dem Weg gehen will. Ich habe einen Bären. Schööön. Füß. Das gefällt mir jetzt schon. Ja, friss dich gesund. Komm, friss, Schorke, friss. So, M. Wollen wir doch mal hier hin, ne? Oder können wir immer noch hier hinreisen und hier rüberlaufen? Oder hier hin und da rüberlaufen? Was eigentlich wurscht ist. Wollen wir doch mal hier, schnellweise. Da ist er! Hallo, Pätsi-Bär! So, dann wollen wir hier hin. Hier hin. Zurück. Na, komm mal. Okay. Halt gucken. Pfeile. Ächsen. Hm. Rotblatt noch ein bisschen mitnehmen. Wir gehen jetzt einfach weiter hier rüber. Komm, Pätsi. Komm, Pätsi. Ich nenn dich jetzt einfach Pätsi. Komm, Pätsi. Komm, Pätsi. Pätsi, Pätsi. Ich habe ein paar Sachen. Ich habe ihn gesagt. Hm, wo ist es mir erzählen? Es weiß nicht. Ein Eulenangriff. Hier eine Eule? Ich habe gar keine Eule. Du Schneeblutwolf. So, schauen wir heute mal. Ich habe gar nicht mehr. Ich habe gar nicht mehr. so Einer, zwei, zwei, das sind ja immer zwei. So. So. Yeah, baby. Good luck. Was ist denn? Wir rennen hier alle rum, ihr Affen. Huh? 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So, rüber geht's. Eskorte. Wenn ihr wollt, zum einen heiligen Ort, um die Geister zu ehren. Erst könnt ihr gehen. Ja, machen wir noch. Gut, aber... Hören wir mal einen kleinen Begleiter. So, das machen wir noch eben. Ach, guck mal hier. Gut, gut. So. Welchen? Wo bist du? So. Nein, Wildschwein brauche ich nicht. Mensch. So, weiter geht's hier. So, weiter geht's. So, на faireocalapaische Int stitch. Oh rocket. So, wieder. Oh ich bin mir los, ja, es ist los. Oh, ah, ich bin apprentices sip, ja. Oh, bl rays und ries Lewis ist. Das ist degrees Entzug. Was? 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 So, weiter geht's. wilden reigen ok Das war's für heute. so wir noch mehr pfeile machen 4 Venture weiterhin hinzugefügt, schön das freut mich doch jetzt und deshalb muss ich sagen ok jetzt fange ich nochmal von vorne an mit dieser schönen Umgebung muss ich sagen bye-bye mein lieben Freunde und danke fürs ah halt, ne halt, 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 halt hier oben habe ich doch so einen Megatypen gekillt ja gut nochmal, also danke fürs Zusehen meine lieben Freunde und bis zu einer nächsten Folge von Let's Play Far Cry Primal mit mir, dem Darkie, dem Priest, dem Darkie Priest und wir werden schon wieder angegriffen, deswegen sage ich schnell bye-bye und bis zum nächsten Mal Tschüssi Ciao Ciao Nice Nachi 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 Nice Nachi